Was zum Teufel soll ich hier bewerten? Die Typen sind komplett die Idioten. Keine Ahnung. CO2. Fridays for Future. Schwierig sich zu entscheiden. Fridays for Future. Kommt völlig bescheuert mit seiner bescheuerten Maske rein und springt herum, als wäre er geistig behindert. Kohlenstoff Dioxid. Hat einen guten Kampf geliefert. Hat geblutet wie ein Schwein. Aber dann hat er die Rolle verlassen. Das ist ein verdammter Kardinalsfehler, Alter. Man darf die Rolle nicht verlassen. Man muss das Unerwartete erwarten. Du musst immer auf der Hut sein. Und deswegen denke ich auch, der Sieger ist... Fridays for Future. Das ist doch Bullshit! Der Sieger! Fridays for Future. Und wenn ich die ganze Welt hasse, bin ich immer noch da. Und damit muss dir nichts da klarkommen, nicht ich. Also holt ab und lasst mich in Ruhe. Ich will nur mein Frieden in meinem Grundstück haben. Und von meiner Wichser hier ist schon die Scheiße gebaut. Ich habe keine von meiner Wichser irgendwas getan. Ich habe auch dir nichts getan. Nun. Ich habe auch gesagt, 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 ich habe gesagt, ich habe auch gesagt, ich habe 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 gesagt, ich habe